Mein Vater hat sich für morgen mal wieder eine Brotdose für die Arbeit gewünscht und deswegen machen wir das jetzt mal. Als erstes bereiten wir ihm jetzt erstmal ein Sandwich vor und dafür habe ich extra Brot beim Bäcker geholt. Da kommt jetzt so ein Tomaten-Basilikum-Aufstrich drauf, den mag er nämlich sehr gern. Und drauf damit. Dann kommt da jetzt noch etwas von dieser polnischen Hähnchenwurst drauf. Und dann noch ein leckeres Salatblatt. Jetzt wird das Sandwich nur noch durchgeschnitten. Das sieht einfach jetzt schon so lecker aus. Brot kommt jetzt hier unten rein. Dann machen wir noch eine Banane fertig und wie cool ist bitte mein neuer Bananenschneider. Die Banane kommt jetzt hier oben rein. Dazu kommen dann noch ein paar Heidelbeeren. Ins nächste Fach kommen einmal diese Matchamandeln. Dann noch ein paar Datteln. Und dann gibt es noch ein Päckchen Energieballs von Koro, die liebt er nämlich. Und dann habe ich ihm noch einen leckeren Smoothie abgefüllt. Ich habe übrigens für die Brotdose die Produkte von Koro verwendet und die sind alle wirklich so lecker. Also schaut unbedingt vorbei. Ihr könnt sogar mit meinem Rabattcode Mrs. Jenny sparen. Und es lohnt sich wirklich. Die Sachen sind super, super lecker.